Seid gerüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und natürlich auch Ableadum zu einem kleinen Adventskalendertürchen mit dem Zwergenfürst. Heute möchte ich euch eine kleine Geschichte vorlesen, die ich mir selbst ausgedacht habe, die ich selbst geschrieben habe. Ich habe mit diesem schönen Hintergrund, das ich selbst zusammengestellt habe, sieht ein bisschen gefährlich aus, ist es auch. Ich hoffe, es brennt nichts an. Ja, die Geschichte heißt Grumpfel, der Eiself. Es war einmal vor nicht allzu langer Zeit in einem kleinen Dorf in den Eishügeln des Poladandes. Ein grüner Eiself. Sein kleines Hütchen lag am Fuße eines der größten Eiswopfern. So nannten die Eiselfen die für sie gigantisch wirkelnden Hügel des Polarlandes. Grumpfel war der Name dieses Elfen. Seine kleine Hütte war nicht schön. Sie war klein, dreckig und unangenehm. Aber dem Elfen Grumpfel war das egal. Er legte keinen sonderbaren Wert auf Schönheit, Schmuck oder anderen Unsinn. Allgemein war er sehr grießgrämig und stets mies gelaunt. In dem Bergdorf, das zu Fuß des Hauses lag, in dem der Weihnachtsmann im Winter seine Arbeit nachzugehen pflegte, Im Dorf unter der riesigen Geschenkefabrik wohnten über 1000 kleine Elfen in ihren kleinen Hütchen. Groß waren sie nicht, die Hütchen, aber heimelig und schön, wenn man es denn wollte. Viele der Elfen schmückten ihre Hütten mit bunten Ketten und Dekorationsartikeln unterschiedlicher Art. Doch Grumpfel war nicht nach Deko und Schmuck. Eines Abends, in der letzten Woche der Vorweihnachtszeit, in der Nähe stand den Elfen hoch auf den Wopfen, da läutete es vom Gipfel des großen Berges her. Die Alarmdorger läutete, wie sie nie zuvor geläutet hatte. Der Weihnachtsmann lag kränkelnd in seinem Bett. Die Eiselfen eilten hinauf, um dem alten Weihnachtsmann beizustehen, in der Not. Die Heiler-Elfe hatte die ersten Vorkehrungen bereits getroffen. Der Weihnachtsmann lag fiebernd im Bett. In seinem Alter durfte man sich nicht mehr infizieren. Krankheiten waren für den alten Weihnachtsmann ein viel zu großes Risiko. Immerhin ging er bereits auf die 2020 Jahre hin, was selbst für ein Weihnachtsmann ein ungeheures Alter ist. Im Hause des Weihnachtsmanns herrschte nun der reinste Trubel. Immerhin war in wenigen Tagen schon Bescherung. Die Heiler-Elfe war ungehalten. Ein Eisbad um diese Zeit im Jahr sei unverantwortlich gewesen. Ein Weihnachtsmann habe gesund zu bleiben, wenn das Jahr sich zu seinem Ende neige. Eins war klar, der heilige Abend, der konnte nicht entfallen. Wir müssen dafür sorgen, dass die Kinder am heiligen Abend ihre Geschenke bekommen, wurde der Ruf laut. Die Elfen waren einfache Helfer. Allein neben Weihnachtsmann war es möglich, den Schnitten zu lenken und die Rentiere zu füttern. Nie hatte ein Eiself auch nur den geringsten Gedanken darin verschwindet, eine Handlung ohne präzise Anleitung oder klare Erlaubnis des Weihnachtsmanns zu tätigen. Die Elfen waren ratlos. Niemand wusste eine Lösung für das so plötzlich entstandene Problem. Blasen wir diese vermalete Bescherung ab, fing Grumpfel an zu schimpfen. Diese kleinen Bäcker sind den Aufwand nicht wert, auch nur ein winziges Bäckchen zu verpacken, geschweige denn einen ganzen Rentierschnitten zu beladen und zu füren. Und dennoch tun wir es seit Jahrhunderten. Die Elfen schwiegen. Würde Weihnachten dieses Jahr ausfallen. Tja, das war meine kleine Geschichte, meine Kurzgeschichte, die ich mir hier aufgeschrieben habe. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Doppelig nach oben, sollte das der Fall sein. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid und ja, kein weiteres Video mehr mit dem Zwingfest herpassen wollt. Es kommen ja auch noch andere Videos online, neben den Adventskalendertürchen. Ich bemühe mich immer, da noch ein paar Videos parallel zu bringen. Ja, ansonsten sehen wir uns morgen in dem nächsten Adventskalendertürchen oder heute noch in einem anderen Video. Wie dem auch sei, ihr habt euch wohl und haut rein. Ciao, ciao! Ciao! Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020